So meine lieben Freunde, jetzt gibt es noch ein Bonus-Video und zwar verabschieden wir heute Manuel. Den habt ihr in einem Interview kennengelernt hier auf dem Kanal. Und Manuel wird jetzt mit seinem Rucksack loslaufen Richtung Brasilien. Und wo es da hingeht, das weiß ich selber noch nicht genau. Das ist eine Backpacker-Reise, die ihr auf dem Blog www.herzvonsuedamerika.com mitverfolgen könnt. Wir wissen selber nicht, wo er hingeht. Er weiß selber nicht, wo er hingeht. Und ja, wir verabschieden ihn jetzt und dann sind wir gespannt, wo es hingeht. Hallo, ich bin Manuel und ich starte heute meine Backpacking-Tour durch Südamerika von Ciudad del Este in Paraguay nach Brasilien. Und ja, mal schauen, wo mich die Reise hinführt. Tschüss Manuel. Viel Spaß, pass immer auf dich auf, bitte. Sterb einfach nicht. Okay, das ist alles. Hey, ich hab nicht gesehen. Tschüss. Ja, hab ich davon. Tschüss. 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 Tschüss.